Jeder ist eine Insel. Das habe ich früh lernen müssen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich liebe Tommy. Und wenn ich nachts aufwache und er liegt neben mir, sodass ich ihn anfassen, wecken, mit ihm reden und vielleicht mit ihm schlafen kann, gibt es nichts Schöneres für mich. In solchen Augenblicken bin ich die Besitzerin geheimen Wissens und Hüterin verborgener Dinge. Doch das ändert nichts an der Wahrheit. Trotz aller Intimität weiß Tommy nicht, was ich in meinem Inneren empfinde. Genauso wenig, wie ich es von ihm weiß. Bei aller Leidenschaft bleibt die Seele in der Dunkelheit verborgen. Ich drehe mich auf die Seite, die Wange an der Hand und betrachte Tommy. Sein Gesicht mit der Narbe an der linken Schläfe ist nicht hübsch, aber sehr attraktiv. Auf eine raue und männliche Art. Er ist groß, 1,85 und hat das dunkle Haar und die dunklen Augen eines Latinos. Er hat einen offenen und zugleich vorsichtigen Blick. Einen Blick, wie man ihn nur bekommt, wenn man ein ehrlicher Mensch ist und zwei Leute getötet hat. Tommy schläft. Ich traue mich nicht, ihn zu lange anzusternen. Er könnte meinen Blick spüren und wach werden. Denn er weiß wie ich, dass der Tod immer und überall lauert und ist deshalb wachsam selbst im Schlaf. Menschen wie Tommy und ich eignen sich einen leichten Schlaf an. Menschen, die Dinge tun, wie wir sie getan haben. Die sehen, was wir gesehen haben. Ich drehe mich auf den Rücken und blicke durch die offene Balkontür in den Nachthimmel. Wir haben die Tür offen gelassen, damit wir das Meer hören können. Auf Hawaii ist es warm genug, um bei offener Tür zu schlafen. Wir machen hier fünf Tage Urlaub. Für mich ist es der erste seit mehr als zehn Jahren. Wir sind jetzt seit vier Tagen hier und unsere Hauptbeschäftigung ist das Faulenzen. Hawaii hat uns freundlich aufgenommen, hat uns durch seine Schönheit überredet, abzuschalten und auszuruhen. Wir liegen den ganzen Tag in der Sonne und abends gehen wir am Strand spazieren, beobachten die fantastischen Sonnenuntergänge und bewundern die Sternenpracht am außergewöhnlich klaren Himmel, der noch nicht von Smog getrübt ist. Doch für uns ist es ein Paradies auf Zeit. Bald fliegen wir nach Los Angeles zurück, wo ich im dortigen FBI-Büro als NCVAC-Koordinatorin arbeite. Das NCVAC ist das US-Bundesamt zur Analyse von Gewaltverbrechen, mit Hauptsitz in Washington DC. Doch in jedem FBI-Büro gibt es einen örtlichen Repräsentanten des NCVAC. In Los Angeles mache ich diesen Job, jetzt seit über zwölf Jahren. Ich leite ein vierköpfiges Team, mich eingerechnet. Das immer dann gerufen wird, wenn die schlimmste Drecksarbeit getan werden muss. Die Aufklärung von Morden, Vergewaltigungen, Folterungen und dergleichen. Verbrechen, die meist auf das Konto von Psychopathen gehen. Ich verbringe mein Leben damit, in die Dunkelheit zu schauen, in der diese Bestien hausen. Es ist eine kalte Schwärze, angefüllt mit Wimmern und huschenden Schatten, mit schrillem Gelächter, gellenden Schreien und dumpfem Stöhnen. Sterben ist eine einsame Sache. Das Leben aber auch. Wir alle verbringen unser Leben im tiefsten Innern einsam und allein. Ganz gleich, wie viel wir mit den Menschen teilen, die wir lieben. Irgendetwas halten wir stets zurück. Manchmal ist es eine Kleinigkeit. Zum Beispiel, wenn eine Frau sich an eine heimliche, längst vergangene Liebe erinnert. Sie erzählt ihrem Gatten, sie habe keinen Mann inniger geliebt als ihn in ihrem ganzen Leben nicht. Und das stimmt auch. Allerdings hat sie einen anderen Mann genauso sehr geliebt. Manchmal ist das Geheimnis in unserem Inneren etwas Riesiges und Düsteres. Ein Ungeheuer, das direkt hinter uns lauert und dessen heißen Atem wir zwischen den Schulterblättern spüren. In tiefster Nacht, in den Stunden, wenn jeder von uns alleine ist, kommen diese Geheimnisse und klopfen bei uns an. Einige lautstark, andere kaum vernehmlich. Doch ob laut oder leise, sie kommen. Keine verschlossene Tür kann sie aufhalten. Jung oder alt, Mann oder Frau, jeder hat Geheimnisse. Ich weiß es von mir selbst. Jeder. Ich blicke auf das tote Mädchen auf dem mitteilenden Untersuchungstisch und frage mich, welche Geheimnisse hast du mitgenommen, von denen nie jemand erfahren wird? Sie ist viel zu jung, um tot zu sein. Anfang zwanzig. Wunderschön. Langes, dunkles, glattes Haar. Hübsche, zarte Gesichtszüge. Eine Anglo-Amerikanerin mit leichtem Latino-Einschlag. Sie ist klein und schlank, das sehe ich durch das Laken hindurch, das sie vom Hals abwärts bedeckt. Ich habe viele Ermordete gesehen, doch jedes Mal erschüttert es mich aufs Neue. Jeder war ein Mensch mit Hoffnungen, Träumen und Lieben. Doch wir leben in einer Welt, in der die Karten gegen das Leben spielen. Ich habe seit langem mit dem Tod zu tun. Ich arbeite beim FBI in Los Angeles und leite seit zwölf Jahren ein Team, dessen Aufgabe darin besteht, den schlimmsten Abschaum zu jagen. Serienkiller. Kinder, Schänder und Mörder. Männer, denen es Lust bereitet, Frauen zu Tode zu foltern und die dann Sex mit den Leichen ihrer Opfer haben. Ich jage lebende Albträume und es ist jedes Mal schrecklich, doch es ist überall und es ist unausweichlich. Aus diesem Grund muss ich jetzt meine Frage stellen. Was machen wir hier, Sir? Assistant Director Jones ist mein langjähriger Mentor, mein Boss und der Verantwortliche für sämtliche Aktivitäten des FBI im Großraum Los Angeles. Nur haben wir jetzt ein Problem. Wir sind nicht in Los Angeles. Wir sind in Virginia, nicht weit von Washington DC. Das ist der Grund für meine gefühllose Frage, was wir hier eigentlich verloren hätten. Diese arme Frau mag tot sein und die Unumstößlichkeit ihres Todes geht mir nahe, doch ich bin nicht für sie zuständig. Sie ist keine von meinen Toten. A.D. Jones mustert mich mit einem Seitenblick, teils nachdenklich, teils verärgert. Er sieht genau wie der Mann aus, der er ist, ein erfahrener Cop. Er sorgt für die Einhaltung der Gesetze und er führt Menschen. Jones hat ein kantiges, ausdrucksstarkes Gesicht, müde, aber harte Augen und einen militärischen Haarschnitt ohne Rücksicht auf Mode oder irgendwelche Kinkerlitzchen. Eine Bitte von ganz oben, Smokey, sagte er. Von Director Rathburn persönlich.